Eilmeldung. SPD will Rente mit 63 abschaffen. Union ist sich sicher. Was ist dran an dieser Meldung? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 12.12.2022 veröffentlichte die Bild-Zeitung in einem großen Artikel mit einer großen Headline einen Beitrag zum Thema Rente mit 63. Die SPD will diese Rente abschaffen. So ist sich die Union sehr, sehr sicher. Grundlage dieser Meinung sind wohl die kryptischen Angaben unseres Bundeskanzlers Scholz zum Thema Frühverrentungswelle. Denn diese Frühverrentungswelle sorgt aktuell für großen Kummer in der Politik und auch bei den Finanzen der deutschen Rentenversicherung. Olaf Scholz hat hier kryptisch irgendetwas gesagt, dass er die Frühverrentungswelle beenden oder stoppen möchte. Er hat aber nicht gesagt, dass er die Rente mit 63 abschaffen möchte. Hinter der Rente mit 63 steht die abschlagsfreie Version der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren in der Fassung vom 01.07.2014. Sie können sich noch dunkel daran erinnern, ab 2014 wurde das Renteneintrittsalter für diese Altersrente von 65 Jahren auf das 63. Lebensjahr abgesenkt und steigt jetzt bis zum Geburtsjahrgang 1964 stufenweise um jeweils zwei Kalendermonate pro späteren Geburtsjahrgang an. Das heißt also, mit dem Geburtsjahrgang 1964 ist wieder die alte Rechtslage hergestellt. Rentenbeginn dieser Rente mit 65 plus 45 Jahre Wartezeit. Es gibt aktuell Stand 13.12.2022 keinerlei erkennbare gesetzgeberische Tendenzen oder Aktivitäten, diese besondere Form der vorzeitigen Altersrente abzuschaffen. Alles, was hier gesagt wird, ist Blödsinn, Meinungsmache und soll nur dazu dienen, um sie zu verunsichern. Also hören Sie bitte nicht auf diesen Quatsch. Niemand in der Bundesregierung hat vor, also zumindest nicht in dieser Legislaturperiode hat vor, die Rente mit 63 im Volksmund so genannt abzuschaffen. Daran würde sich niemand herantrauen, muss man auch nicht, weil diese Rente schafft sich de facto, das habe ich nun schon in so vielen Beiträgen auch erörtert, von selbst ab und wird dann mit dem Geburtsjahrgang 1964 wieder Rente mit 65 heißen, so wie sie seit dem 01.01.2012 tatsächlich schon existiert. Also bitte keine Sorgen machen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist aktuell nicht in Gefahr. Das heißt also, niemand von der Bundesregierung will diese Rente abschaffen, wäre im Übrigen auch völliger Blödsinn, denn sie schafft sich von selbst ab. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel